Das ist wieder ein neues Spiel und dieses Spiel musst du wieder ganz neu angehen und du darfst dich nicht auf das ausruhen, was in Gendt gewesen ist und Übermut. Ich glaube schon, dass meine Mannschaft, sie kann übermütig werden, ja das stimmt und wenn sie das morgen ist, dann kann das trotzdem positiv sein. Man merkt es ja auch in der Stimmung, das hat die Mannschaft sich erarbeitet wieder, dass sie diese Krise, die da war, die wir gar nicht kleinreden wollten, weil sie einfach auch mega präsent war, dass die Mannschaft da die richtigen Antworten gegeben hat und jetzt gilt es einfach diesen Weg weiter zu gehen und dann können wir sicherlich sportlich noch einiges erreichen dieses Jahr. Erstmal glaube ich, dass Julian eigentlich in den letzten Wochen wirklich den nächsten Schritt gemacht hat bei uns. Ich glaube, dass er körperlich in der Top-Verfassung ist, das sieht man an seiner Laufleistung, da sieht man, wie er sich auf dem Platz bewegt, in welchem Tempo er sich auf dem Platz bewegt. Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn man ein Champions-League-Spiel spielt gegen eine belgische Mannschaft, weil es einfach auch nicht so oft passiert. Aber ja, ob das jetzt gegen Gendt ist oder gegen einen anderen Gegner, ich glaube, die Hauptsache und das Allerwichtigste ist, dass wir das Spiel morgen gewinnen und dass wir weiterkommen.